Mein Name ist Christina Matt und ich war Teilnehmerin bei der Ausbildung zur internationalen Change Managerin. Ein Change Manager oder eine Change Managerin ist jemand, der Menschen auf dem Weg durch Veränderungen begleitet oder ein Unternehmen, eine Organisation begleitet, wenn Veränderungen anstehen. Ich empfehle den Studiengang deshalb, weil er in sehr komprimierter Art und Weise Theorie und Praxis gut miteinander verknüpft, weil er sehr kurzweilig ist und auch sehr, ja, auch Spaß macht. Mein Name ist Jens Tröge, ich bin Leiter des Steinbeiß-Beratungszentrums Intercultural Academy und zusammen mit den verrückten Impulsen bieten wir den Ausbildungsgang zum internationalen Change Manager mit Steinbeiß-Zertifikat an. Der Mehrwert für Change Management ist, andere Perspektiven einzunehmen, verstehen, was den anderen umtreibt, was ihn beschäftigt oder sie beschäftigt, zu wissen, wie andere Kulturen funktionieren und selber natürlich sich selber vorzubilden und durch das Zertifikat auch eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Verrückte Impulse ist die Trainerkooperation Neckaralp. Wir haben hier einen Sitz in Reutlingen und bedienen von Reutlingen aus unser Regionalgebiet mit Trainingsmaßnahmen unterschiedlichster Art. Change Management oder die Change Management Ausbildung ist ganz wichtig, um in Unternehmen oder im privaten Bereich einfach auf Veränderungsprozesse sehr, sehr professionell und sicher zugehen zu können. Das heißt, dass wir schlichtweg einfach Menschen in die Lage versetzen, wirklich in Veränderungsprozessen Mitarbeiter mitzunehmen, Entwicklungen so voranzutreiben, dass sie auch funktionieren, dass nicht nur ein Veränderungsprozess aufgesetzt wird der Veränderung wegen, sondern dass nachher alle Spaß haben, den Weg auch mitzugehen und es nachher auch zum Erfolg führt. Change Ausbildung ist ein absolutes Muss für Menschen, die im Beruf weiterkommen wollen. Die Führungskraft sollte sich darauf einlassen, auch dort Know-How anzusammeln. Jeder, der irgendetwas bewegen möchte im Unternehmen, wird dieses Know-How brauchen können. Also macht die Ausbildung und wettet sehen, dass ihr danach deutlich besser in der Wirtschaft zurechtkommt und viel mehr Möglichkeiten habt, euch weiterzuentwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 cida